Ich glaube, Sie wissen, dass es losgeht, wenn Sie mich sehen, weil ich bin der Zirkusdirektor und ich eröffne den Abend und ich werde mit Patschenknall oder Trommelbärbel hoffentlich Lust machen auf die Stunden, die da kommen. Und ja, zu viel verrate ich nicht, auch jetzt nicht, aber dann auch in der Figur nicht, weil dann werden wir ja sehen, was so alles kommt und ich werde die Zuschauer, glaube ich, so ein bisschen im übertragenen Sinn an der Hand nehmen und sie durch die Szenen begleiten. Vielen Dank.